guten morgen heute ist der fünfte ich bin schon ganz gespannt was wir heute so ganz wichtig bin mal gefragt worden was das wichtigste utensil ist was ist was man so bei stamping ab benutzt da war meine antwort das stand so ein falzbrett ja dieses hier ist das zweitwichtigste utensil was man bei stamping ab benutzt tombo sehr schön da freue ich mich sehr immer wichtig die ersatzflasche tombo zu hause zu haben hast du noch eine ansonsten melde ich gerne bei mir ich habe jetzt eine über nein ich habe sie nicht über meine ist fast alle also schönen tag für dich und bis morgen denkt dran morgen ist nikolaus ich war artig und du